Wisst ihr, was das coolste daran ist, wenn man sich erkältet hat? Man kann extrem gut Weezy nachmachen. Erinnert ihr euch noch an Weezy aus Toy Story? Oh, hey Woody, wie geht's dir? Aber ja, das hier ist kein normales Video, denn wie gerade schon gesagt und wie man mir bestimmt auch ein bisschen anhört, habe ich mich etwas erkältet. Keine Sorge, Leute, es ist nicht die aktuell herumgehende Kretze, auch wenn das Ding aktuell wieder mehr trendet als irgendwelche Deutschrap-Videos auf YouTube. Das ist die perfekte Welle. Macht euch bitte keine Sorgen, es geht mir gut. Ich kann nur aktuell nicht lange genug reden für ein normales Video, ohne husten zu müssen oder niesen zu müssen oder sonst irgendwas. Ansonsten fühle ich mich absolut großartig. Ich will aber noch nicht gehen, ohne euch einen kleinen Lifehack zu geben, der definitiv komplett sicher ist und nichts kaputt macht. Ich habe nämlich durch ein kleines Vögelchen, was mit mir gezwitschert hat, erfahren, dass ganz, ganz viele von euch Leistungen, für die sie eigentlich bezahlt haben, auf dem Tisch liegen lassen. Und deswegen möchte ich euch nun demonstrieren, wie ihr eure Grafikkarte übertakten könnt. 100% sicher. Ja, garantiert. So Leute, ihr macht dafür folgendes. Ihr ladet euch zuerst den MSI Afterburner runter, keine Sorge, ihr braucht dafür keine Grafikkarte von MSI. Startet ihn und dann seht ihr dieses Fenster hier. Und jetzt machen wir einfach folgendes. Wir heben das Power Limit auf 104%, dadurch steigt auch das Temperaturlimit auf 92 Grad. In meinem Fall, für euch sieht das natürlich je nach Grafikkarte anders aus. Einfach, damit die Grafikkarte alles nutzen kann. Dann heben wir den Kerntakt um 1000 MHz, also 1 GHz. Wir heben den Speichertakt um 1000 MHz, also 1 GHz. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Keine Sorge, das hier ist komplett sicher. Ihr drückt jetzt nur noch auf Übernehmen und... Und... Ha! Prankt! Got'em! Prankt! 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 Prankt!